Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich brauche deine Hilfe Gibt es irgendwelche gefährlichen Tiere in der Gegend? Zum Beispiel Löwen? Nein, keine Löwen, ihr seid hier ganz sicher Was ist mit ihnen passiert? Weiß nicht genau Sie wirken ziemlich traumatisiert Ich hatte 34 Brüder und Schwestern Und nur einer hat überlebt Sie muss hier bei uns sein Sie haben keinen Termin Wen muss ich denn hier flachlegen, um den Leiter der Einwanderungsbehörde zu sprechen? Mich! Danke, Liebling Das wird ein Problem Alle Flüge vom Karkuma-Flüchtlingslager wurden eingestellt Seit 9-11 ist das Programm total auf Eis gelegt Sie ist ein Kriegsflüchtling Und du traust dir das ganz sicher zu? Definitiv Du sollst Entscheidungen treffen, die keiner allein treffen kann Ich glaube, sie schaffen es nicht, wenn sie nicht zusammen sind Ich bete für dich, Yardi Yardi? Unser Name für dich Er bedeutet große weiße Kuh Tja, ich habe schon fiesere Dinge über mich gehört Oh, verdammt! Du kannst doch nicht einfach irgendwo einbrechen Es gibt einen Grund, warum du keinen Mann hast Okay, danke für den Hinweis Ich bin ein Wanderungsbehörde Ich bin ein Wanderungsbehörde